Was ist die Verkauf der Glashausanlage? Hallo liebe Freunde! Dank dieses Problems, das wir jetzt haben, haben wir unseren Verkauf jetzt getrennt. Da hinten ist unsere Glashausanlage, wo wir produzieren. Da habe ich es gegebenen an, dass es natürlich nicht, dass er reinkommt. Wir dürfen verkaufen, weil wir ein landwirtschaftlicher Betrieb sind. Da darf unser Glashaus offen bleiben. Wir haben dieses Glashaus jetzt von der Erfordenen meistens kennen, wo die Landesgartenschau war. Und da gibt es einen Selbstbedienungsbereich. Da gibt es ganz viele Kräuter, die wichtigsten Frühlingsblumen, vor allem auch die ganzen Gemüsepflanzen. Funktioniert dort das Ganze so, wenn man zuvor kommt, kann man da einfach reingehen. Man kann sich in Ruhe, mit Sicherheitsabstand seine Sachen suchen. Die Sachen sind ohne angeschrieben. Das Geld, da steht draußen so eine Holzkasse. Da schmeißt man das dann einfach rein. Und somit hat man seine wichtigsten Blumen zur Selbstversorgung. Bitte passt ihm auf, dass nicht zu viele in das Glashaus reinkommen. Sonst wird es bitte draußen. Haltet seinen Sicherheitsabstand. Wenn es sein krank gefützt ist, vielleicht besser, wenn es sich gesund gefützt ist. Und ich hoffe, dass das Ganze ehrlich runterrennt. Und dass man das Uli gesund und heil übersteigen. In dem Sinn, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleibt gesund und viel Spaß beim Grateln. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.